So und willkommen zurück zu Tomb Raider. Ja, ähm, da bin ich auch wieder. Und auch an euch willkommen zurück. Und danke schön, Old Coin. So. Ach, wir hatten da sogar ein Lager. Hätte ich auch hier einfach Pause machen können. Ihre Geräusche waren fast unmenschlich. Scheiße, weil ihr mal selber zu Laber habt. Du klingst wie Dad. Ja, wie Dad? Es ist, als wären sie Überreste einer untergegangenen Zivilisation. Okay, jetzt klinge ich wirklich wie Dad. Ich weiß nur, dass sie diese Männer getötet haben. Und sie würden sicher nicht zögern, mich auch zu töten. Aber daran darf ich jetzt nicht denken. Sam ist in Schwierigkeiten und ich muss sie zurückholen. Sie verlässt sich auf mich. So, jetzt können wir. Hier. Aufheilig. So, was machen wir? Jäger-Upgrades? Oder hier vielleicht nützige Tricks? Äh, Axtexperte. Versetzen Sie Feinden mit Ihrer Kletterhats einen tötenden Heap? Oder auch Ausweichkill. Weichen Sie leicht gepanzerten Feinden aus und rakieren Sie sie im Nahkampf, um sie auf der Stelle zu töten. Oh, das klingt super. So, weichen Sie mit B aus und drücken Sie Y, sobald der Ring das Tastensymbol erreicht, um Feinde ohne Helm zu töten. So, können wir hier irgendwie was verbessern? Hier haben wir noch nichts. Vor der Drossel fügt er einen alternativen Feuermodus hinzu, mit welchem eine größere Reichweite ziel wird. Laufmantel, ein geschlitzter Laufmantel, der die Bedienung erleichtert und dadurch den Schaden erhöht. Polierter Bolzen, erhöhte Taktrate zwischen den Schüssen erhöhen, die Schussfrequenz. Oder gepolsterter Quill, ein gepolsterter Frontquill, der die Waffe beim Schießen stabilisiert und damit den Rückstoß verringert. Ich würde vielleicht das hier machen. Den polierten Bolzen, dass wir eine höhere Flussfrequenz damit haben. So, 5 von 10 Laras Tagebücher. Gibt's hier noch was? Ja, da. Ich roll das eher so. Vielleicht liegt's daran, dass ich russische Wurzeln habe. So, die machen wir auch alle an. Ist wichtig. Uh, warte mal. Mal gucken, wo das hinführt. Und weg ist er. Uh, was war das? Okay, gleich. Nice. Alle erledigt. So. Zwei von drei Teilen gefunden fürs Gewehr. Perfekt. So, sieben von zehn Statuen. Warte mal, da war noch was. Ein Geocache. Kann ich damit irgendetwas machen, ne? Habe ich das nicht vorhin angemacht? So, ist das Ding gleich wieder aus? So, nehmen wir mit. Und. So. Das auch einmal anzünden. Ah, jetzt hat er wieder anzünden. Okay. So, jetzt. Lara anzünden. Flamme an. So. Und das muss dann. Nein. So. Die ging ein bisschen daneben. So. Irgendwann muss er doch treffen, oder? Willst du mich verarschen? Hä? Das Ding will mich komplett verarschen, glaube ich. Warum willst du den da nicht treffen? Warum willst du den da nicht treffen? Ich bin komplett verarschen, wenn du den täglich drohst. Glaube ich sogar. Aber das Ding will mich doch wirklich verarschen. Was ist mit dem Ding? Warum will er irgendwie, keine Ahnung, wo hin? Was ist mit dem Ding? Für mich ist mit dem Ding. oni. Wir müssen. hab ich es einfach nicht warum will der nicht den da treffen so jetzt aber kann sich nur um stunden handeln ja nicht aus jetzt will ich auch nicht mehr dann nehmen wir den jetzt ernsthaft was ist mit dieser mit diesem schwung dinge das will er den da nicht retten dann sollte irgendwas falsch so lehrer genau mach alles kaputt hier sonst noch was eigentlich der typ der hier runter gestürzt können wir den noch mal wiederfinden hier haben wir noch ein geocache da haben wir den flugzeug und ich bleibe bei der pistole ich bin da sind alles ok ich komme und hole dich ich werde dich da rausholen bitte bitte hilf mir ich verspreche es dir ich verspreche es dir ich bin da ich bin da Sam, geht's gut. So. Was haben wir hier? Und die Königin ist wie eine Mutter zu mir, warm, fürsorglich, liebend. Doch es fühlt sich falsch an, wie eine Art Schauspiel. Auch die anderen Priesterinnen sind beunruhigt. Einige fühlen dasselbe wie ich, vielleicht sogar alle. Aber warum? Wovor haben wir Angst? Etikette wird das aussprochen. Und ich sag da immer Etikett, wie, keine Ahnung. Wusste ich jetzt nicht. So. Okay, hier oben gibt's nichts. Das hier hatten wir. Kann ich da rüberspringen? Ja. Warum brennt das hier? Wofür brauchen wir das? Ich seh schon. Ich hoffe, das funktioniert wenigstens. Ja, das funktioniert. Warum da hinten nicht? Ach, hier sind wir wieder. Wo wir mit, äh, Rob fahren. Baby, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, also sag ich's einfach rundheraus. Alicia ist von dir. Vielleicht wusstest du es schon, aber da ich nun wieder auf der Endurance angeheuert habe, kann ich es dir nicht länger verschweigen. Du musst verstehen, dass ich dich nie aus ihrem Leben ausschließen wollte. Aber ich kenne dich, Ross. Ich weiß, wie du lebst und was du willst. Sesshaft zu sein und ein Kind groß zu ziehen, gehört nicht dazu. Vielleicht habe ich's vergeigt. Vielleicht hätte ich dir eine Wahl lassen sollen. Stattdessen habe ich entschieden. Ich dachte, es wäre das Beste. Nach der Expedition sollten wir uns mal über die Zukunft unterhalten. Denk einfach mal ein bisschen darüber nach. Okay? Ein handgeschriebener Brief von Reyes. Ich glaub's nicht. Raph ist Vater, ob er das schon immer gewusst hat? So. Können wir uns wieder was leisten? Hier haben wir ja alles bisher. Wir haben hier uns. Laubmantel. Oder wir haben hier ein Polzertakt. Komm, machen wir den. So. Mal gucken, was wir hier noch finden. Was uns noch fehlt. Wenn wir ja wieder hier sind. So. Acht Stattungen haben wir jetzt. So. Hier gibt's aber definitiv noch ein paar Sachen, die fehlen. wie das hier. Da hinten irgendwo. Erstmal gucken, wie wir überhaupt da hinkommen. So. Okay. Keine Ahnung, wofür das ist. Okay. Okay. Keine Ahnung, wofür das ist. Äh, Wildschwein. Wo ist es hin? Okay. Der kann hier durch, ich nicht. Aber hier oben waren wir, glaub ich, noch nicht. Kann das sein? Das hier muss einem US Marine gehört haben. Waren sie in Truppenstärke auf der Insel, oder war es nur eine Vorhut? Stehen diese Markierungen für verlorene Freunde oder getötete Feinde? Wie auch immer, er brauchte einen Drink. Ja, kann ich nachvollziehen. Dann das nächste wäre das hier. Ich habe hier noch mehr, was ich übersehen haben könnte. Ach, hier ist das Startgebiet, okay. Also haben wir hier schon mal alles, außer, hier, hier fehlt sehr viel, beziehungsweise hier fehlt gefühlt einfach alles. Hier haben wir ein Dokument übersehen. Wie kann das denn sein? Da fehlt uns noch was. Hier fehlt uns irgendwo ein Geocache, okay. Wo fehlt denn der? Kann ich das irgendwie sehen? Also eigentlich müsste ich das sehen können. Nur wo? Das müsste so ein ausgegrautes Ding sein. Egal, wir machen erstmal die hier in dem Bereich, die uns noch fehlen. Da oben ist es. Ich nehme trotzdem erstmal am besten alles mit, was ich jetzt noch finde. Vielleicht einmal so ziehen. Ah, hat geklappt. Mit einem, mit einem Zug. Immerhin. Neun Statuen erleuchtet. So, und da haben wir den Geocache. Sam von 15 haben wir. Dann. Wäre das hier vielleicht das nächste oder das hier? Ich glaube, das wäre das nächste. Wer ist eine gute Idee, der hier so runter? Ich glaube nicht, einfach hier runter zu springen. Was hier vielleicht? Autsch. Da unten. Sind wir denn stark genug dafür? Natürlich. Wir können Türen ausreißen. Das ist große Klette, eine Wurzel, mit der im Campo traditionell Entzündungen behandelt wurden. Okay. Ich versuche trotzdem hier mal einfach alles einzusammeln, was geht. Da haben wir dann das nächste. Würde ich vielleicht so in die Richtung gehen. Vielleicht nochmal hier hin. Ich glaube, ich muss da nach oben. Ähm. Wir erst mal durch die Wand gehen. So, da haben wir das nächste. Wollen wir jetzt mal lustig. so finden wir hier noch ein oder sowas ich habe ein dokument vergessen ach so hier nach zwei wochen erhielt ich eine audienz bei ihrer majestät himiko von jamatai ich muss gestehen eine frau wie sie habe ich noch nie getroffen schön aber rätselhaft ja berechnen sogar sie umgibt sich mit ihren priesterinnen der sonne da ist kein mann außer dem general ihrer armeen als ich sie alleine traf wurde mir klar dass sie nicht ist was sie zu sein scheint mein herr wollte dass ich spioniere die stärke ihrer truppen ermitteln doch nun scheint es als ergründe sie mich mein herr hat die bedrohung durch jamatai wohl unterschätzt ich weiß nicht wie stark die sturmwache ist aber ich bin mir ziemlich sicher dass ein konflikt mit der sonnenkönigin nicht anzuraten wäre okay was haben wir hier hinter perfekt so einmal nachladen so und dann haben wir hier was habe ich gemacht da nach oben mussten wir toll und jetzt bin ich runtergefallen so erstmal auf tisch und kommen wir von hier da hoch ja wir machen hier einfach alles kaputt ach das ding ist unter uns so haben wir dann den hier und den müssen wir noch das ist so ein kreuz und quer hier gerade und wieder von vorne ich hatte irgendwie logischeren weg nach oben suchen sollen und dann haben wir da noch zwei geocaches okay das sieht ganz unten aus auch 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 einfach mal tief hier im wasser hätte man die schatzkarte ich wüsste ich nicht wie die man finden sollte so da hinten wäre das nächste so werkt aufs hat komplett perfekt dann hier das dokument noch wie viele dokumente haben wir fünf von sieben fehlt hier sonst noch irgendwo was hier hätten wir noch ein dokument an dem tageslager ok ok wie kommen wir da hin wenn wir hier hoch gehen das das vielleicht einmal anzünden das 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 was das 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 Ja, wenigstens. Und noch ein Dokument. So, erstmal High Igelei. Ja, soweit ganz gut. Ich bin heute ein bisschen übermüdet, aber nicht, weil ich zu wenig geschlafen habe, sondern zu viel. Sagen wir mal so. So ein bisschen müde. Deswegen werde ich heute wahrscheinlich nicht lange machen. Gehe ich mal von aus. Mal gucken, wann mich die Kraft verlässt. Die Energie verlässt. So, aber ja, Tomb Raider. Hatte ich Bock gehabt. So, und wie geht es dir denn so? Wir sind ja auch gerade dabei, die ganzen Geocaches, Reliquien und so weiter hier aufzusammeln. Nein, das wollt ihr nicht. Ich wollte hier runter. So, da haben wir noch eine. Amerikanische Soldaten würden so etwas nie zurücklassen. Ich glaube, keiner von ihnen ist lebend von hier weggekommen. Okay. Wo fehlt uns jetzt noch was? Wir haben noch ein Dokument. Und eine Erleuchtung hier irgendwie irgendwo übrig. Da haben wir das Dokument. Kann es sein, dass die Erleuchtung hier oben ist? Das sah gerade irgendwie ein bisschen so aus. Ah, da haben wir es. Letzte Erleuchtung. Du warst eine Real-Life-Protopsie? Oder auch etwas ausgeschlafen. Ja, kann ich nachvollziehen. Die Ehre hebt meine Familie in die Oberschicht der Gesellschaft von Yamatai. Und wird es Zeitlebens an nichts mehr mangeln. Und eines Tages nehme ich vielleicht sogar den Platz der Sonnenkönigin ein. Und dennoch beschleichen mich diese Gefühle. Erst dachte ich, es wären nur die Nerven, aber die Beunruhigung wuchs stetig. Ich kann den Ruf nicht ablehnen. Das würde meine Familie ruinieren. Aber ich habe Angst vor meiner Königin. So. Waren das jetzt alle Dokumente? Ich glaube noch nicht, ne? Doch, alle Dokumente. Jetzt müssen wir nur noch die Eier finden. Und keine Ahnung, wo ich die suchen soll. So, aber ich würde dann vielleicht jetzt mal doch mit der Quest weitergehen. Die da hinten sein soll. Da sind die Eier. Ihr seht da wieder Eier. Ja. So, Frage ist, wie kommen wir da hin? Also alles, was wir finden, nehmen wir auf jeden Fall mit. Die hatten wir ja schon. Komme ich so da ran? Ja. Okay. Nice. Hat doch gefunden. Drei Eier haben wir schon von fünf. Ne, warte. Wir müssen nach da unten. So, aber auch mal gucken, ob wir vielleicht so nochmal irgendwie irgendwo Eier sehen. So. Ich gucke mal, entdecke ich so vielleicht noch ein paar Jahre. Sorry, dass es jetzt ein bisschen Eier lastig ist. Äh, die alten, äh, die alten Teile werde ich auch noch auf jeden Fall spielen. Im Stream sogar. Ähm. Das hier ist leider nicht blind bei mir. So, ich habe auch nicht blind stehen. Ich hatte jetzt kurz gedacht, ich habe irgendwo blind stehen. Äh, ich habe den Teil hier. Und das ist keiner, ne? Äh, den Teil hat ich aber damals mal auf der Xbox gespielt. Also, beziehungsweise die aktuelle Technologie. Also, so blind ist das nicht. Da oben habe ich Eier gesehen. Die holen uns. So, jetzt fehlt uns nur noch ein Eier. Ähm. Hm. Wie gesagt, so wie die älteren Teile sind, weiß ich nicht. Also, vom Gefühl her. Null Plan. Aber die Neueren, die machen schon Spaß. Und ist ja quasi die Origin-Story von ihr. Nochmal neu erzählt. So, wir haben wieder 424. Nice. Können wir hier nochmal vielleicht was verbessern? So, polierten Bolzen. So, äh, Klebeband-Doppelmagazin. Schnellfeuermodus. Den haben wir komplett. Komm, wir nehmen mal die volle Drossel. Also, das macht Spaß auf jeden Fall. Da, da kann man auch nichts gegen sagen. Ähm. Und ich mag dieses Cinematische. Ich bin ein großer Fan von, ähm, cinematischen Szenen und so weiter. Ich habe ein ungutes Gefühl, wo wir hin müssen. Achso. Ich dachte schon. Nur, wie kommen wir da hin? Kann ich so einfach da rüberspringen? Ich weiß es nicht. Äh, es funktioniert auf jeden Fall. Ich habe noch alles. Ich dachte schon. Also, okay, schauen wir mal, wie wir jetzt da hinkommen. Ist vielleicht da rüber? Nein. Ich muss mir einen anderen Weg überlegen. Wie ich da hinkomme. So, äh. Wir nehmen einfach die Seilbahn, die wir vorhin, äh, gemacht hatten. Rausgesetzt, wie... Wie komme ich zur Seilbahn? Und, willkommen zurück, Freddy. Ähm. Wenigstens hast du es jetzt nach Hause geschafft, immerhin. So, ich hoffe, hat es dort noch eine angenehme Heimfahrt, Heimkehr. Und... Und, dass du morgen dann die Chance hast, deinen, äh, deinen Chef, äh, zu vermöbeln. Oder ihm wenigstens den Standbaubezug erhalten. So. So. Okay, ich sehe schon, wir müssen diesen ganzen Weg hier nochmal von vorne gehen. Und dann... Dann da einmal rüber. Vielleicht hier. Ich glaube, das ist es schon. Ja, das ist es. Was war das denn jetzt für'n Sound? So, gibt's da jemanden? Okay, können wir den gleich runterziehen? Hier ist nichts. Dass er uns einfach gar nicht sieht. Auf der Insel bricht bald alles zusammen. Ähm. Ja, scheitert nicht so. So, Trottflinte, ein von drei Teilen gefunden. Perfekt. So, erstmal alles wieder kaputt machen. So. Das zählt aber... Okay, das zählt noch als... Das Berglaufgebiet. Ja. Das war schlau von denen, ne? Manchmal liebe ich die Dummheit der KIs. Ah ja, hier gab's nix. Gab's hier was? Ah, hier oben. Ich weiß jetzt nicht, wie schlautert eigentlich, wer hier oben drauf zu gehen. In Real Life wäre das wahrscheinlich schon längst eingeführt. Was macht das? Wow. Hat sich gelohnt. Äh. Aktuelle Position, Berghang. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Nein. Ah, schaff. Ok, das erste mal wurden wir aufrufen. Ich versuche jetzt mal nach links. Ja, das sah auf jeden Fall sehr, sehr schmerzhaft aus. Boah, das hat gezeigt. So, mal gucken, wie oft ich hier drauf gehen werde. Ok, ich dachte, ich gehe jetzt, äh, ich dachte, ich gehe jetzt sofort drauf. Oh, ohnehin! Oh, 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 oh! Äh... Autsch! Ich bin gleich wieder bei euch im Chat, ja? Hilfe! Hilfe! Oh... Ein bisschen Creme und Ausschlafen, dann geht's wieder besser. Genau so. Und bis gleich altcoin. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gesagt habt, aber... Suchen Sie nach erster Hilfe! Ein Fall für den Konsumentenfluss. Schlechtes Publikator, eins Falsche. Ich will ja gar nichts. So. Aber die will auch direkt weiter. Ich glaube, wäre mir das passiert in real life... Ich wäre erstmal ein Weichen liegen geblieben. Ich wäre liegen geblieben und hätte, äh... Hätte erstmal... Keine Ahnung, vielleicht, äh... Drei Wochen unter Steinen gelegen oder so. So. So, Barackenstadt. So, kommen wir... Können wir... Wir können springen. Okay. In Germany... We call it... Verbrauchercheck. Vielleicht sind Vorräte an Bord. Wenn ich sah, dass sie jetzt auftauchen würde, ey. Drei von drei Teilen gefunden. Gewehr. Was ist los? Ein Gefangener hatte sich in der Langzeit gesteckt. Der Somalien hängt nicht gerade vor. Was ist mit Wanderen? Wir planen nicht. Wir müssen weiter weg. So, wo muss ich überhaupt lang? Ah, okay. Klettern funzt nicht. Äh... Ich weiß nicht, ob man auf Gründerabzeichen loswerden kann. Denn den bekommen halt die ersten zehn, äh... Die ersten zehn, äh... Ich weiß nicht, ob man auf Gründerabzeichen loswerden kann. Abonnenten, glaub ich, war das. Ähm... Rein theoretisch wirst du denen los, wenn du... Wenn du das Abo, äh... Beendest. Sagen wir mal so. Rein theoretisch. Aber dann ist das auch, dass du dann gar keinen Abonnentenabzeichen hast. Ich hab keine Ahnung, wo ich gerade hinlaufe. Dass die Packel aber auch nicht sehen hier, dass hier von unten Licht kommt. sanst. Oh, mein Gott, okay. Ich hab keine Ahnung, aber leider nicht mehr zu sagen. Du hast die Ahnung. Wann das zu sagen! Und noch vassbare Mann! Die Ahnung von der Ahnung! Gute! Wann das? Wir playlistige Keith! Ich verstehe es. Warum lässt Vater Matthias die Affiliate? Wegen des Mädchens. Wir wollten sie retten. Matthias will sie vielleicht als Druckmittel einsetzen. Scheiße. Ich hoffe, sie ist die eine. Wir haben sie. Bald wissen wir es. Die Zeremonie ist bei Sonnenuntergang. So, wenn unter deinem Boden Licht scheinen würde, würde ich so vieles machen, aber nicht nachschauen. Warum denn nicht? Ja, gut. Das war's? Ist er tot? Ne, der chillt nur. Äh. Okay, da kann ich nicht lang. Da beißt mich eine Blume. Ja, das würdest du erst machen, wenn du das Schwert aus Kingdom Come hast. Jo, Kingdom Come, äh... Muss ich eigentlich erst mal abwarten, bis ich das weiter spielen kann. Sagen wir mal so, weil... Ah ne, ich kann ja nicht klettern. So, äh... Weil ich muss eigentlich erst einmal einige andere Spiele zu Ende machen, sagen wir mal so. Bevor ich damit weitermache. Spring, Lara! Oh! So, Kopfschuss. vor allem in kingdom kam ich muss noch einiges lernen da die da was funktioniert und so ich sag mal so ich bin von der bisher so weit dass ich gerade nach neuhof dingens suche also dafür hatte kraft aber kann sich nicht hochziehen irgendwo ok entschuldigung feuerzeug neue ausrüstung erhalten aber für mich jetzt ein bisschen laut das war jetzt nicht wegen ding so ist das ein neuer bogen feuerfeile feuerfeile hast du mich roth du klingst aber nicht so es geht mir gut wo bist du jetzt in einer art barackensiedlung in der nähe des palasts ich steige immer noch den berg runter wieso warst du so schnell lange geschichte ich kann die siedlung von hier sehen bist du bei dem großen tor ich gehe darauf zu die outsiderin ready dein ernst dein ernst dass du das genau jetzt machst so brille weg und timer läuft soo warte mal ich mach ich mach ich damit ich hab wie der am fliegen war hab ich gebliebt da haben wir noch einen ouch ach so warte da war einer alter ready ich hasse dich dafür warum ausredded cats so 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 alle tot alle tot alle tot habe ich doch geschafft ready das wird rache geben sobald man bei dir mit kanalpunkten irgendwie dich ärgern kann so wo liegen die ganzen tot ich brauche muni und äh treibhut ich so ich Ohne Brille kann ich den Timer doch hören Und übrigens Nur so damit ihr wisst Ich habe den Chat bei mir Ein bisschen größer gemacht Für den Fall Dass ihr das wieder macht Ich kann den Chat mittlerweile Ein bisschen besser lesen Ist immer noch verschwommen Also irgendwie muss ich ja Entgehen Ich hatte ja heute auch Ein bisschen sagen wir so bei OBS Ein bisschen was umgestellt Sagen wir so Dass ich dann Den Chat wenigstens noch ein bisschen lesen kann Für den Fall Deswegen ich kann es lesen Es ist immer noch ein bisschen verschwommen Aber ich kann es mittlerweile lesen Okay warte Nächstes Mal möchte ich Dass du eine Dieses Wort ist jetzt ein bisschen schwierig zu lesen Kaleidoskopbrille trägst Nee bitte nicht Keine Kaleidoskopbrille Witz So Wo liegen eigentlich die ganzen Toten Habe ich schon alle eingesammelt Oh nein Sonst wirft er mich hier mit Hä Ist er tot oder nicht Wo ist der eine So eine Steampunkbrille So Timer Autsch So Jetzt darf ich wieder See vernünftig Nice So Hier haben wir wieder was Einmal vielleicht alles nachladen Was macht die Lara denn Bin ich Bin ich Bin ich Bisschen doof Kenne ich das Sprichwort oder so nicht Mittlerweile sind wir über 100 Wir räumen den alten Palast frei Und beginnen bald mit dem Bau einer Stadt am Fuße des Berges Die Japaner haben hier vor Jahren ein Frachttransportsystem errichtet Das wir in Stand gesetzt haben Matthias sagt wir bauen zu Ehren der Sonnenkönigin Wie bei einem antiken ägyptischen Monument Aber mir ist klar was wirklich vorgeht Matthias schindet Zeit Das gewaltige Projekt soll alle nur beschäftigen Trotz der Rituale Der Stürme und der Hinrichtungen Werden sie sich irgendwann gegen ihn auflehnen Und wenn das geschieht Bin ich bereit das Kommando zu übernehmen So okay wer ist denn das der das Kommando zu übernehmen Ja Freddy die Rituale kann man äh kann man räuchern Einfach weg jetzt Da komme ich nicht durch Was die Lara macht Also Pashi bei dir bin ich manchmal nicht sicher Ob du irgendwie aus irgendeinem Meme oder sowas Irgendwas zitierst Weil du bist wenn wir ja bei Niamh schauen Du bist ja sehr kreativ damit auch noch eigene Memes Und sowas zu erstellen So deswegen bin ich da so oft unsicher Ob das irgendwie ein Meme ist Das ich noch nicht kenne oder noch nicht verstehe Bis du es mir dann selber erklärst So dass du jetzt wirklich jetzt Die Lara aus dem Spiel meint Was die da machen So Deswegen ich bin so oft bei dir eigentlich Das ist nicht böse gemeint Ich bin einfach so oft bei dir verplant So was genau meinst du denn So Sturmgewehr Waffe modifizieren Maschinengewehr zu Sturmgewehr Sturmgewehr gemeistert Ähm also die Lara Die ist ja eigentlich auf der Suche nach einer Möglichkeit Erstmal ihre Freundin Sam Die wir ab dem nächsten Teil nie wieder sehen Also nur in diesem Teil sehen Ey Pashi ich denke nie böses von dir Wirklich nie So ich würde aber hier mal vergleichen Wie da was interessieren Axtexperte Machen wir mal das Drücken sie Y Um betäubten Feinden mit der Axt Den Rest zu geben So Hier haben wir wat neues Den haben wir Laufmantel Ein Laufmantel der die Bedienung erleichtert Und dadurch den Schaden erhöht Klebeband Doppelmagazin Polierter Auswerfer Polierter Auswerfer der die Schussfrequenz erhöht Oh das klingt nice So Irgendwas noch für 200 Ich glaube nicht Das kostet 300 Den haben wir maximal Ich glaube da gibt es nix mehr Aber ich würde Lara gerne mal etwas anderes anziehen So irgendwas wärmeres Oder irgendwas was Vielleicht irgendwie Sie mehr schützt oder so Und hier rede ich hier jetzt nicht von der Level 100 Rüstung Dass sie dann nur im Bikini oder so rumläuft Oder in ihrer Unterwäsche Soweit eher nicht Sondern schon eher was Was auch In solchen Situationen Mehr Sinn geben würde Ach da sind wir wieder Genau da wollte ich hoch Ich fühle mich ein bisschen wie ein Assassin's Creed So von Dach zu Dach zu springen Warte mal Da haben wir wieder ein Grab Und da lebt immer noch Alter wie viel kommen da jetzt Ist da noch einer? Jetzt? Okay Ich muss kurz checken Was ich machen muss Einen von drei Teilen gefunden Für ein Gewehr Alles klar Dann eventuell bis später Oder bis gleich Oder bis die Tage So einmal alles nachladen Vielleicht Noch eine Opferung Mein Gott Was treibt sie bloß dazu? Machen wir auf. Ein Geocache gefunden. So, das nehmen wir auch mal mit. Er ist schon wieder bei 514 von diesen Strockdingern, von Treibgutdingern. Äh, nein, Lara, nach unten. So. Ach, wieder was zum Werften. Okay, jetzt will ich aber erst einmal... Nein. Erst einmal verstehen, was müssen wir hier machen. Ah, ich kann hier wieder kampieren. Perfekt. So, was machen wir jetzt? Hier hatten wir zwei Sachen, die fehlen. Hier hatten wir den Schnellfeiermodus. Das würde 350 und das 300 kosten. Erleichtert und dadurch den Schaden erhöht. Hier hätten wir... Den hier noch. Ein Geschlüsselerlaubenmacht, der durch Bedienung erleichtert und dadurch... Ach komm, nehmen wir den. So. So, mal gucken, ob das gleich reicht. Und ja, nice. Seltsam. Wie ist Larry ein Bein dieser Altenboden? Und nutzen sie selbst als Verehrungsstätten? Äh, gerade hat ich die Quelle der Tränen gemeistert. Füllen sie in Lager einen Upgrade für Waffen und Fähigkeiten durch. Was haben wir jetzt? Ah, noch ein Upgrade. Perfekt. Okay. So, was machen wir dann? Gewichtheber, erfahrener Mörder. Schalten Sie Ihre Feinde mit Finesse aus, um größere Belohnungen zu halten. Machen wir mal. Sammeln Sie mit Kopfschüssen, Exekutionen und lautlosen Kills zusätzlich XP. Ah, also erfahren. So, was macht Kartografie hier? Alle Grabeingänge und Schatzkarten sind nun auf ihrer Karte verzeichnet. Okay. Müssen wir auch mal machen. Hier haben wir alles. Hier fehlt noch ein bisschen was. Komm, dann machen wir das. Frage ist jetzt, schaffen wir alle Upgrades und so weiter noch vor Ende des Spiels? Und alle, äh, Skillpunkte, sagen wir mal so. Gut, dann geht's jetzt. So, wo? Da. Erreichen Sie das Tor unter der Brücke. Ah, hier. Die Dinger sind jetzt da. Okay. Dann sammeln wir die eben noch schnell ein. Das könnte aus der Yuan-Dynastie sein. Vielleicht aus Kublai Khans verlorener Flotte. Oh, warte. Es ist eine Fälschung. Made in China. Schön. Eine Fälschung entdeckt. So, dann haben wir da noch was. Oh Mann, was für eine Riesenscheiße. So viel zum beschaulichen Ruhestand. Wenn ich Wrath irgendwo auf dieser verdammten Insel finde, kriegt der eine aufs Maul, weil er uns hergebracht hat. Und dann... dann töten wir gemeinsam jeden Einzelnen von diesen irren Huren-Söhnen. Es wird sein wie früher. Nur ohne Dickie Croft. Würde er noch leben, würde er die Mistkerle studieren wollen. Er würde diesen schrägen religiösen Kult faszinierend finden. Hoffentlich ist seine Tochter cleverer und findet ein gutes Versteck. Diese Irren sind gefährlich. Ich mache mir Sorgen um die Jungen. Alex, Sam. Die werden hier lebendig gefressen. So, Historikerin erkennt Verhältnungen erst durch Made in China sind, ist klar. Ja. Darin erkennt man, dass es eine echte Historikerin ist. Denn wenn es keine Historikerin wäre, die würde das immer noch als echt betiteln. So, nächstes Ding. In der Edo-Periode Japans hatte traditionelle Männerkleidung keine Taschen. In Roo waren kleine Behälter für persönlichen Besitz. Eine Art Frühform des Geldbeutels. Das ist ein Geldbeutel gewesen. Für damals. Okay. So, dann haben wir hier noch eine Reliquie. Okay. Da hinten. Ähm. Interessante Wegfindung, Lara. Noch eine Jade-Figur aus der Ming-Dynastie. Aber die hier sieht echt aus. Hier steht kein Made in China, ja? Also ist das echt. So, dann haben wir hier noch ein Dokument und eine Dings. Nein, da kommt die Tür. Okay. Okay. Dass keiner hier irgendwas sagt, dass ich hier alles für Klumpel schieße. In Roo sind normalerweise aus lackiertem Holz. Aber dieser besteht aus Messing. Stammt wahrscheinlich aus dem 19. Jahrhundert. Historikerin zerschießt Durchgänge in vergessener Stadt. Ja, klar. Ja, ist auch eigentlich eine... Eine antike, äh... Eine antike, äh... Da sieht man auch einen prähistorischen Helikopter aus der, äh... Aus der, äh, Sengoku-Dynastie. Man kennt das ja. Also, schon im Mittelalter hatten die Japaner hier, oder im földalen Japan, hatten die schon Helikopter benutzt und sind auf Dinosauriern geritten. So, warte mal. Irgendwas habe ich da oben vergessen. Kann... Und... Matthias lässt uns nach starken Männern für die Bruderschaft suchen. Klug sollen sie nicht sein. Sie sollen nur Befehle befolgen und arbeiten. Wer Fragen stellt oder sich weigert, wird sofort getötet. Und über die Frauen entscheidet Matthias. Die meisten werden den dunklen Wesen geopfert. Einige für das Ritual ausgewählt. Wir machen bei der kranken Zeremonie mit. Einige Brüder glauben langsam sogar daran. Etwas kontrolliert diese Stürme rund um die verfluchte Insel und lässt uns nicht fort. Vater Matthias redet angeblich damit. Mit ihr. Diesem Geist der Sonnenkönigin oder so. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Aber ich tue alles, um zu überleben. Jeder weiß, dass Samurai ihre Katana schnell über ihren Köppen kreisen ließen, um somit Abgründe zu überwenden. Ja, das ist historisch doch auch belegt oder nicht. Okay, hier gibt es auch noch ein bisschen was. Das ist alles ein Gebiet. Aber hier haben wir, glaube ich, den Bereich alles durch. Schatzkarte haben wir da entdeckt. Ah, okay. Das war der Bereich, wo ich mit dem Fallschirm war. Und halt dann mit dem Wasserfall. Okay, äh... Lera muss noch ein bisschen was von Ezio lernen. Wie wir sehen. Ah, ich glaube da hat er. Obwohl, das hat, äh, funktioniert. So. Apropos, vielleicht einmal nachladen alles. Bewegung, los! los so geil Was ist das? Wo ist noch einer? Ach, hier. Nice. Alle erledigt. Ein paar sogar verpügelt gehabt. Aber so? So geht klar auf jeden Fall. So, aber ich glaube, mehr gibt es hier jetzt nicht. Hä? So, warte mal. Nee. Ah, okay. Okay. Ja, muss erst mal wieder reinfinden, wie man das, äh, anzündet. Infiltrieren Sie den Palast. Kriegen wir hin. So, ich würde jetzt aber nochmal kurz einen Break machen. So, ich würde jetzt noch was. So, ich würde jetzt mal kurz kommen. Okay. So, ich würde jetzt mal kurz raus. Okay. 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 Vielen Dank.